Kaboom! Angerillt! Ich mag sie nicht bewegen! Was ist los? Eingefroren Chaos zu besiegen ist schonmal... Ist schonmal was... Doch ziemlich gemeine Angriffe! Immer feste Gegner! Jetzt kommen langsam die übleren Gegner! Aua! Aua! Ich muss lieber versuchen jetzt so viel wie möglich abzuziehen! Weil ich nicht wieder dasselbe Probleme habe! Und Amanda ist schon da... Jawoll! Ja! Ja! Da! Nö! Hallo verdammtes! Na wer sagt's denn? Ein grandioser Sieg für die Helden ist gleich gewählt! So! Problem gelöst! Also das kann ich anschließend so abschließend sagen! Wie man sieht, dass sie keinen Berührungsschaden hat! Das ist vielleicht ein Tipp! Das ausnutzen! Immer herauf da! So viel wie möglich! Ja! Ja! Also hier gibt es nicht so Megaman mäßig eine geheimwaffe oder sowas! Nein! Das ist einfach... Gucken! Was machen die alle! Und... Und... Versuchen halt ebenso viel wie möglich! Ähm! Treffer zu landen! Bevor es wirklich übel wird! Wie man das bei We-Ya gesehen hat! Na toll! Jetzt sind sie alle da! Juhu! Ähm! Ja! Ja! Vielleicht... Hilft das Video! Weil was anderes kann ich da an Tipps nicht geben! Es ist doch irgendwo... Ja! Eine Sache des Könnens oder sowas! Ich weiß nicht, ob ich das beschreiben soll! Also ich persönlich fand's, wie man sieht, noch viel zu einfach! Ja... Das soll natürlich nicht heißen, dass man ultra schlecht wäre oder so! Es ist einfach nur... Es ist wie bei Zelda Ocarina of Time! Da fährt mir immer die... Der zweite Boss ein! Dieses Vieh, was da so im Kreis sich bewegt! Ja! Das ist gewaltig! Und spuckt Feuer! Und... Und rollt da rum wie Donkey Kong! Weil wenn man einfach nur sich da in der Mitte so ein bisschen auffällt an diesem Rand, trifft er einen nicht mehr! Egal was er macht! Er trifft einen nicht! Und dann kann man ja da und eine verpassen! Und boff! Zack! Ist er erledigt! Ja! Und das ist so... Ist auch immer so meine Vorstellung! Das sieht schwieriger aus, als es in Wahrheit ist! Ja...